so herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme von let's play minecraft wir sind immer noch in der höhle und haben jetzt versucht hier den slime zu finden und irgendwie raus zu kommen also den slime wollte ich nämlich schon gerne finden das ist doch der schleim der von oben kommt oder glaubt schon kopf 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 so okay da ist nix so hell war wissen ja nichts da kommt aber schleim her oder ich kann zu tun so komm buddeln 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 ja da ist er okay ich habe ihn gefunden so was können wir zum hochstapeln nehmen ja immer ruhig links hier ist der groß bist du cool also groß ist er eigentlich auch nicht what the fuck alter scheiß creeper ja schleimkügelchen ja schleimkügelchen Mist ich muss mich hier buddeln ich muss buddeln 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 so komm jetzt das spinnenauge weg so erstmal ein bisschen schleim eingesammelt ja was neues wollte ich jetzt eigentlich nicht erkunden aber da vorne sieht es gut aus da vorne sieht es gut aus da renne ich einfach mal durch so mit der hoffnung dass ich irgendwas finde ich spring einfach mal runter ah war klar dass ah komm so du willst auch noch so jetzt hier waren wir schon hier waren wir schon also hier ist auch noch ein unerkundeter ja ist gut beruhig dich ach ich wollte jetzt gar nicht hier runter springen so wieder hoch springen zopp zopp ähm keinen plan wo ich hin wollte ach so ich komme ja von da also hier ist auch noch ein unerkundeter höhlenbereich ähm verdammt wenn ich wüsste wo ich herkomme ach Mist ähm ich will jetzt hier eigentlich nicht schon wieder runter springen aber ich muss es tun so ich muss hier irgendwie einen ausgang finden wir sind alle mittel recht den ausgang zu finden da hinten da hinten sieht es interessant aus aber ich glaube das war falsch ja das war falsch hier ist aber auch bloß falsch hier geht es runter ach Mist ist erst recht falsch ich versuche einfach mal rüber zu springen so Zombies war schon tausendmal sind wir wieder schön ganz weit unten ach verdammt ach ist das wieder schön hier in der Höhle das ist sowas was nicht total an den Höhlen ist weil man keinen richtigen Sinn hat zur Koordinierung und den Weg nie zurück findet das ist kacke ähm ich springe jetzt schon mal rüber äh das war doch die Anfangsschlucht soweit ich weiß ich weiß da unten ist dieses äh das Maragd würde ich gerne mitnehmen aber wie wir ja alle schon wissen geht das nicht so und drüber springen äh ich versuche mich jetzt hier einfach mal hoch zu schaufeln ähm ja scheiße aber ich nehme die Erde mit anstatt Kies da können wir uns nämlich besser mit hoch stapeln so kann man hier ne kann man nicht weh du schießt Skelett böse Skelett ähm ähm hier mussten wir lang so äh nein hoch hier ach hier muss das irgendwo sein nein ach ich dachte schon ich flieg runter ähm hier mussten wir uns irgendwie hoch stapeln stapeln nein ach fuck you nein das waren sieben Diamanten 31 XP Kügelchen nur durch eine Unachtsamkeit fach fach nein das kann nicht sein nein nein Junge nein nein Mann aha sag nicht dass ich alles für umsonst gemacht hab bitte nicht bitte nicht der größte Teil ist zwar sowieso in Lava verbrannt aber ein kleiner Teil muss dann noch überlebt haben komm schon jetzt muss ich die Stelle auch erstmal wiederfinden ach nein so eine Scheiße Mann ach das kann nicht sein ach da ging es runter hier ging es runter ok hier ging es lang schnell komm schon hier musst du doch ganz in der Nähe gewesen sein hier ah ne das ist nicht die Höhle das ist die nicht Mann verdammt Scheiße ah hier muss doch irgendwo noch die nächste Höhle in der Nähe ich lauf jetzt einfach Richtung Koordinaten hier ähm ist egal minus 14 muss ich laufen ok ist schon richtig ne minus 14 und x x sind 309 das müsste ja eigentlich ganz in der Nähe sein 309 ist hier ja äh x ist falsch x ist minus 14 ach koscher ich hab jetzt auch nichts zu essen mit Scheiße minus 14 minus 14 hier ist der Ofen verdammt verdammte Scheiße sowas ist mir wirklich noch nie passiert ah da ist die Höhle aber wo ist die andere Mann ich hab keinen Orientierungssinn mehr verdammte Scheiße ey komm schalt die Höhle frei alter alter Mann hier ist es falsch ähm verdammt 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 es muss hier irgendwo in der Nähe gewesen sein das weiß ich noch ist mir egal wo ich jetzt drauf gehe ich muss das finden hier ist der Spawner jawohl Spawner hab ich gefunden aber mehr halt auch nicht ach komm mach keinen Ärger mach keinen Ärger mach keinen Ärger ähm zur Not muss ich besser halt wieder entschieden ah nein will ich einfach nicht ich will dass wir nicht entschieden müssen ähm verdammt 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 ja klar spring nochmal in die Lava äh äh nein warum wie viel Zeit hab ich noch nein ach das gibt's nicht das kann's nicht sein Mann mh verdammt also ich bin kurz davor die Aufnahme abzusprechen und mir das Zeug wieder zu holen also äh da kenne ich keine Gnade Game Mode kann ich mich nicht setzen oder Game Mode 1 ja ne kann ich nicht verdammt ich hab nicht die ach wieso so bin ich auch so dumm mach mir deine Cheats aus ähh man was Dümmeres hätte mir nicht passieren können komm wenigstens die Slime Kügelchen die waren so wichtig man ich hab mich so gefreut über die Diamanten und die Dungeons und ah alles weg ach ärgerlich richtig ärgerlich ich stehe nach der Höhle wie vor der Höhle da das kann doch nicht sein man ja du fehlst mir auch noch Junge du machst die Lage nicht besser äh komm schon es muss doch hier irgendwo gewesen sein komm komm schon hier runter ja hier lang nein hier ist falsch ach nein na oh Wassereimer hätte ich mit haben müssen ein Wassereimer das merke ich mir für die Zukunft so ein scheiß Wassereimer mhm das finde ich nie wieder verdammt ich hätte mich einfach hochgraben sollen finde ich es hier irgendwie ne kannst du vergessen minus 14 ja schön aber die Koordinaten bringen mir gar nichts ah kann man hier nicht irgendwie sich zu dev.tpn oder irgend sowas komm schon wow das kann nicht sein ah ja ich weiß dass ich hier wieder bin äh das hier ist falsch oder 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 hm so kann ich hier nicht hoch springen man ach komm doch Junge ich glaub hier fast nicht mehr dran ähm cheaten oder nicht cheaten ist da die Frage sollte ich mir die Sachen wieder eher cheaten ja oder nein ähm ähm ach komm nein das kann nicht sein in so einem Fall wäre jetzt auch eine Minimap nicht schlecht komm schon komm schon oh 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 man ey ich haut die folge ja trotzdem raus glaub ich ja und der folge ist einfach mal die Frage an euch cheaten oder nicht cheaten wenn ich jetzt cheaten ja dann hassen mich vielleicht alle aber ich hab meine Sachen wieder wenn ich nicht cheaten ja dann war die Höhlen vor für umsonst ach ach jetzt kann ich nicht mehr sprinten nein ach ich ach man ich ärgere mich sowas von ich hatte so viele Sachen so viele wertvolle Sachen Sachen sieben Diamanten hatte ich sieben Diamanten oh Alter oder ich frage nicht ob ich cheaten soll ja oder nein ich mach's einfach wisst ihr ich mach's einfach hier ja das ist doch die Stelle oder das ist die Stelle nein eigentlich auch nicht ich hör Enderman aber das bringt mir auch nichts ja toll Enderman aber ja schön hier war ich doch ganz in der Nähe schon hier war ich ganz in der Nähe man verdammt 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 ja hier es wäre so einfach gewesen hier lang zu gehen das ist so ärgerlich das ist einfach so eigene Dummheit weißt du hm ich erschiete mir die Sachen wieder das reicht mir tschüss bis zur nächsten Folge ist jetzt ein bisschen Debrie und tschüss bis zur nächsten Folge nächste Folge haben wir es wieder und sind zu die he die 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 die